Hertha BSC hat einen neuen schnellsten Spieler in seinen Reihen. Beim vergangenen Heimspiel gegen RB stellte ein Spieler aus der eigenen Jugend den bisherigen Geschwindigkeitsrekord der Saison auf. Auf Platz 3 liegt nun Dodi Lukebakio mit 34,74 km pro Stunde und auf Platz 2 Chidera Ijuk mit 35,04 km pro Stunde. Platz 1 belegt nun Jessig Engankam. Mit 35,23 km pro Stunde wird er zum schnellsten Spieler von Hertha BSC. Nach seiner langen Verletzung kommt er nun so langsam wieder in Form. Möglich, dass ihn seine Geschwindigkeit beim Spiel auf Schalke in die Startelf befördert. Nach seinen Leistungen zuletzt ist das nicht unwahrscheinlich. Vielleicht kann er dort ja bereits den nächsten Geschwindigkeitsrekord aufstellen.